Hallo zusammen, heute habe ich für euch eine etwas merkwürdige und leicht unheimliche Geschichte. Das hier ist der Twitter-Account des Aktenlagers des FBI. Das FBI hat einen Twitter-Account, der nur dafür zuständig ist, ehemalige Geheimdokumente, die freigegeben wurden, die declassified wurden, zu twittern. Es geht dem Freedom of Information Act in den USA, das ist ein Gesetz, das sagt, alle Akten, die nicht mehr der Geheimhaltung unterliegen, müssen von den Behörden veröffentlicht werden, zum Beispiel in Twitter. Und genau das ist die einzige Aufgabe dieses FBI-Records-Vault-Accounts. Aber in den allermeisten Fällen handelt es sich um relativ unspektakuläre Kriminalfälle, Entführungen oder irgendein kleiner lokaler Terrorismus, irgendwelche Bundesstraftaten, die das FBI gesehen hat, Bankraub und so weiter. Und wenn ihr euch das hier so anschaut, was die so machen, dann veröffentlichen die hier irgendwelche Dokumente und die Reaktion von Twitter ist auch gering. 17 Kommentare hier, 100 Retweets, 3 Kommentare, 30 Retweets, 14 Kommentare, 84 Retweets, 2 Kommentare, 42 Retweets und so weiter und so fort. Nicht besonders interessante Sachen, nur für Historiker interessant. Außer gestern Abend. Da gab es nämlich einen Tweet vom FBI mit 5000 Kommentaren und knapp 17.000 Retweets. Viel mehr, als sie in allen anderen zusammen jemals erreichen würden. Und woran lag das? Es lag daran, was für ein Dokument sie vollkommen ohne jeden Kommentar, wie immer, dort getweetet haben. Nämlich Protocols of Learned Elders of Zion. Die Protokolle der Weisen von Zion. Ja, und das ist so ein Dokument, haben sie hier als PDF komplett veröffentlicht. 139 Seiten. Könnt ihr euch anschauen, habe ich euch verlinkt. Das ist ein sehr berühmtes Dokument. Anfang des 20. Jahrhunderts war das 1903, 1906, glaube ich, in Russland veröffentlicht. Angeblich Protokolle von Geheimtreffen von führenden Zionisten, jüdischen Machthabern rund um die Welt, die zusammen planen, wie sie die Weltherrschaft erreichen. Wie sie ihr Geld einsetzen, um verschiedene Ideologien, Nationen und Völker gegeneinander auszuspielen. Davon handelt diese ganzen Sitzungen, die sie haben. Und die wurden angeblich entdeckt und zu diesem Buch Protokolle der Weisen von Zion zusammengestellt. Die meiste Forschung ist sich darüber einig, schon in den 20ern wurde das festgestellt, dass es sich um Fälschung handelt. Man kennt nicht genau die Details, man weiß zum Beispiel nicht, wer die Autoren dieser Fälschung sind. Aber die Forschung ist sich jedenfalls im Westen absolut einig, dass es einfach nur Fälschungen sind von Antisemiten, die typische antisemitische Klischees über die jüdische Weltherrschaft verbreitet haben in dieser angeblichen Enthüllung. Und manche sagen sogar, so ein Buch wie Protokolle der Weisen von Zion hätte zum großen Antisemitismus in den 30ern in Deutschland beigetragen. Dieses Werk wurde jetzt einfach so, mal so ganz nebenbei vom FBI-Geheimprotokolldienst getweetet. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist so heftig. Das ist eines der berühmtesten Werke, welches eine antisemitische Schöpfung ist. Fälschung gegen die Juden, so heißt es jedenfalls. Ich bin selber kein Experte für dieses Dokument, ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber das ist jedenfalls die Forschungslage, die ich kenne. Und das FBI haut das einfach so, mal nebenbei, ohne jeden Kommentar raus, als wäre das jetzt gerade ein frisch declassifiedes Dokument. Kann man sich denn hier anschauen. Und was denkt ungefähr die Hälfte der Twitter-User, vor allem die, sagen wir mal, ein bisschen politisch weiter rechts stehen? Die denken doch, oh, FBI verbreitet dieses Dokument? Dann ist da vielleicht doch etwas dran. Und ist auch nicht fern, ehrlich gesagt, das so anzunehmen, wenn man dem FBI denn glaubt. Und die andere Hälfte in Twitter sagt, FBI seid ihr wahnsinnig, wieso verbreitet ihr antisemitische Verschwörungstheorien einfach so kommentarlos, ohne jeden Kontext? Naja, das ging jedenfalls richtig hoch her. Vor allem natürlich jüdische und israelische Accounts sind darüber hergefallen und sind über das FBI und über Donald Trump und so weiter. Und dann schreibt ein paar Stunden später FBI folgendes als Entschuldigung. Früher am heutigen Tag haben wir über diesen FBI-Account, der die Geheimdokumente freigibt, automatisiert ein Dokument herausgegeben, ohne den Kontext des Dokumentes zu erklären. Wir bedauern, dass diese Veröffentlichung versehentlich Unwohlsein unter den Gesellschaften, denen wir dienen, verursacht hat. Okay? Also, ihr habt einfach sowas veröffentlicht. Jetzt sagt ihr, ihr entschuldigt euch für Distress among the communities we serve, because we don't give the context. Okay? Warum sagt ihr nicht, dass es eine Fälschung ist? Dann noch ein Tweet, nochmal ein paar Minuten später. Das FBI erhält oft Informationen von Mitgliedern der Öffentlichkeit, welche eingelagert werden in unseren permanenten Daten und dann in dem Freedom of Information Act veröffentlicht werden müssen. Das FBI muss historische Daten, die wir gesammelt haben, veröffentlichen und einige von denen mögen als offensiv verstanden werden. Okay, was für eine Art von Entschuldigung ist das? Ihr sagt immer noch nicht, dass das eine antisemitische Hetzschrift ist? Warum sagt ihr das nicht? Alle Tweets sind auch nicht gelöscht, könnt ihr alle noch anschauen. Und alle fragen auch, FBI, was ist los mit euch? Warum sagt ihr nicht, worum es sich handelt? Warum sagt ihr einfach nur, Entschuldigung, falls wir euch damit wehgetan haben, aber das sind einfach historische Dokumente? Wie historische Dokumente? Das ist doch schon seit 120 Jahren veröffentlicht. Warum muss das FBI Dokumente, die seit 120 Jahren veröffentlicht sind, jetzt einfach nochmal veröffentlichen? Also, wenn das jetzt ein Bot ist, der aus einer Liste regelmäßig Dokumente in einem bestimmten Datumsplan veröffentlicht, gut, dann kann das mal passieren, okay? Kann mal passieren, dass es da irgendwie reingerutscht aus Versehen, dieses historische Dokument. Was macht man dann? Dann löscht man es und entschuldigt sich, das war ein technischer Fehler, dass das drin war. Genau das macht das FBI aber nicht. Das FBI sagt, wir haben es veröffentlicht, wir mussten es tun, das gehört so zum Information Act und tut mir leid, wenn das als offensiv verstanden wurde. Es sagt nichts von Fälschung, es sagt nichts von historischen Bedeutung. Im Gegensatz zu allem anderen, was sie so posten, ist das nämlich tatsächlich von riesiger internationaler Bedeutung gewesen und für manche Gesellschaften immer noch heutzutage wichtig. Ich weiß nicht recht, was ich mit dieser Geschichte ehrlich gesagt anfangen soll. Sehr merkwürdig, ist das also jetzt begonnen mit einem technischen Fehler und aus Stolzgründen kann man es nicht zurückziehen? Oder möchte man damit wirklich etwas sagen? Keine Ahnung, es gibt viele Spekulationen. FBI möchte sich nicht weiter äußern gegenüber den Medien, als sie es hier getan haben. Was haltet ihr von dieser Story? Bin gespannt auf eure Meinung. Ciao!